Hm, irgendwie komisch. Eigentlich habe ich heute Geburtstag, aber eigentlich auch nicht. Wo sind meine Geschenke? Ja, richtig gehört. Heute habe ich Geburtstag. Heute müsste der 23. sein, wenn dieses Video online geht. Heute ist der 17., aber wenn es online geht, ist der 23. Und da werde ich Geburtstag haben und ich werde 36. Ja, und heute wird das Ganze mal umgedreht. Nicht ich kriege ein Geschenk, sondern ihr bekommt ein Geschenk. Und zwar am Ende des Videos bekommt eine von euch die Möglichkeit, wieder etwas zu gewinnen. Also schön bis zum Ende dranbleiben. Dann möchte ich natürlich auch noch sagen, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da, Daumen nach oben. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, gerne das Glöckchen anklicken. Aber starten wir doch jetzt einfach mal mit dem Video. Heute geht es um Terminplan. Aber bevor wir richtig loslegen, möchte ich noch schnell sagen, dass dieses Video wieder mit ein wenig Werbung behaftet ist. Dieses Video wird unterstützt von der Firma Lini Nails, die mir dieses geile Paket geschickt hat. Da sind alle Sachen drin, die wir heute in dem Video benutzen. Ja, aber gucken wir doch jetzt erstmal rein, was da also drin ist. So, da ist natürlich nicht nur was für Terminplan drin, sondern auch noch ein wenig geiles Gehzeugs. Hier haben wir so eine kleine, ja, wie möchte ich es nennen, Unterwegsbox. Da gucken wir gleich nochmal schnell rein. Dann haben wir hier die Lini. Ich habe früher immer Lini gesagt, aber das war falsch, wie ich im letzten Livestream auf Facebook und, ne Quatsch, auf Instagram gemerkt habe. Da haben alle gesagt, nein, das heißt Lini. Wie gesagt, diese kleine Box, da sind ganz viele tolle Sachen drin. Kann man sich auch wunderbar bestellen bei Lini. Dann haben wir hier noch ein Spider-Gel. Da werden wir auch in zukünftigen Videos noch ein wenig drüber reden. Und dann kommen wir zum Hauptakteur. Und zwar hier dieses geile Buch. Damit könnt ihr für das Jahr 2019 eure Termine perfekt planen. Es ist nicht nur ein Terminbuch. Da ist noch viel mehr drin, außer wirklich nur ein ganz normaler Terminplaner. Aber da gucken wir gleich nochmal genau rein. So, dann geht es auch direkt weiter. Hier haben wir noch so einen kleinen Planer. So einen kleinen Kalender. Auch immer ganz nett zu haben. Und dann gibt es natürlich auch noch die wunderbaren Terminkarten. Auch ganz wichtig. Das ist ein Lesezeichen für das Buch wahrscheinlich. Dann haben wir hier noch Gutscheinmöglichkeiten. Könnt ihr alles bei Lini bestellen. Und dann haben wir hier noch so ein paar lustige Aufkleber. Ja, die könnt ihr dann in das Buch einkleben und euch dann, was weiß ich, merken, wann eine Schulung ist, wann ein Geburtstag ist, wann ihr frei habt, wann ihr zum Atmen müsst. Gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Und dann haben wir hier noch Notizblöcke. Einmal eine Thing to do und einmal eine Shoppinglist. Auch immer ganz wichtig zu haben. Ja, auch immer ganz wichtig, sich sowas zu notieren. Denn, ja, wenn meine Kundin irgendeinen speziellen Rohton möchte oder sowas, das vergisst man mal schnell. Und deshalb sowas immer direkt aufschreiben. Weiter geht's im Text. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Milky White Versiegelungsgel. Kommen wir auch mal in anderen Videos dazu. Dann haben wir hier noch ein Perfect Matt. Ja, das ist eine Mattversiegelung, da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Werden wir heute nicht ausprobieren. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung. Und, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich ein passender Kugelschreiber. Zu diesem Teil, da habe ich vorher immer gedacht, das wäre eine Geldklammer. Ist es natürlich nicht. Das ist ein Stifterhalter für das Buch. Ja, genau. Und natürlich diesen geilen Goldstift. Der sieht wirklich sehr fancy aus. Ich zeige den nochmal hier so. Wirklich ein schönes Teil. Hochwertig auf jeden Fall. So, und dann haben wir hier noch Textmarker in verschiedenen Farben. Habe ich auch erst nicht gerafft, was das sein soll. Aber es sind tatsächlich Textmarker. Finde ich eigentlich ganz witzig für Nagelstudio. Also hat sie sich auf jeden Fall was bei gedacht. Ja, das war es jetzt erstmal mit dem kleinen Unboxing. Dann gucken wir uns doch mal schnell an, was hier noch so drin ist. Das ist so eine kleine Unterwegs-Box oder Unterwegs-Säckchen besser gesagt. Hier auf jeden Fall ein Einkaufs-Chip. Ein Pfeil ist auch immer ganz wichtig. Desinfektion müsste das sein. Nagelöl, auch ganz wichtig. Ein Labello, auch immer sehr wichtig. Kugelschreiber zum Notieren. Und was jede Frau in der Handtasche braucht, ist... Handspiegel. Ja. Das kommt jetzt wieder ein Säckchen. Und dann starten wir doch jetzt mal direkt mit dem Buch und was da so alles drin steht. So, aber bevor wir starten mit diesem Buch, möchte ich euch noch schnell sagen, falls ihr Bock auf dieses geile Buch habt und noch keinen Planer für das Jahr 2019 habt, dann könnt ihr euch dieses geile Teil auf linienails.de oder so ähnlich gönnen. Alle Links sind unten in der Beschreibung drin. Und was da auch noch drin ist, ist ein Gutschein-Code, mit dem ihr 5 Euro auf dieses Buch sparen könnt. Das Teil kostet ansonsten 24,95 Euro, meine ich. Und 5 Euro könnt ihr dann sparen, wenn ihr euch das Teil gönnen wollt. Also gerne mal unten reingucken in die Beschreibung. Gutschein-Code blende ich hier nochmal ein, damit das auch jeder auf dem Schirm hat. Und ja, gucken wir uns doch jetzt erstmal an, was da so drin steht. So, auf geht's. Blättern wir doch erstmal... So, hier die erste Seite. Das bin ich. Könnte alles reinschreiben. Falls ihr das Ding mal verlieren solltet oder so, ist das auf jeden Fall wichtig, da mal die Daten einzutragen, falls ihr das immer mit euch herumschleppen wollt. Finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Falls es mal verloren geht, dann könntet ihr das... Ist die Chance sehr groß, dass ihr es wiederbekommt. Also hier sind wirklich alle Daten drin. Also es ist sehr wichtig, das Ding niemals zu verlieren. So, dann auf der nächsten Seite, auch ganz wichtig, Feiertage. Feiertage müsst ihr auf jeden Fall immer auf dem Schirm haben. Wenn man Brückentag ist, war es bei mir in meinem Studio so, dass sehr viele Kunden kamen. Die hatten natürlich frei und da auch sehr viel Zeit. Und da konnte man natürlich schon mal im Voraus planen, wann mehr Betrieb im Laden ist. Also Feiertage immer schön im Auge behalten. Mein Gott, wie viele Feiertage haben wir denn hier in Deutschland? Ach, guck mal, österreichische auch. Also alle Österreicher, die zugucken, das Buch ist auch für euch. Schweizer sogar auch. Okay, krass. Messen. Oh, da können wir direkt mal gucken, wo wir so sind. Beauty. Beauty in Düsseldorf. Da werde ich auch sein. Wir werden da mit der Kamera so ein bisschen durchlaufen. Und mal euch auf dem Laufenden halten, was da so abgeht. Ja, die anderen messen. Gucken wir mal, ob wir das auch schaffen. Hannover. Ja, vielleicht. Ja, mal gucken. Also ich halte euch mal auf dem Laufenden, wo wir überall rumrennen. Aber Beauty in Düsseldorf könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Da werden wir auf jeden Fall sein. Also, falls ihr mal Hallo sagen wollt, kommt zur Beauty in Düsseldorf. Ja, zum Messen auf jeden Fall sehr wichtig, das auch mal auf dem Schirm zu haben. Denn da gibt es meistens immer schöne Angebote. Ja, und hier unten könnt ihr euch dann noch mal eintragen, wenn ihr irgendwo auf irgendeiner Hausmesse seid. Oder so wie bei LCN letztens zum Beispiel, wo ich war, verlinke ich euch hier oben noch mal das Video. War auch eine sehr schöne Messe. So, gehen wir mal weiter. Warte mal. Hier mit schönen Bildern auch immer. Finde ich auch gut. Hier unten noch mal Tipps. So, dann kommen wir schon mal zum Planen. Das ist jetzt nochmal eine grobe Übersicht. Hier haben wir auch immer wieder schöne Sprüche drin. Finde ich auch gut. Platz für schöne Momente. Was soll das sein? Ich denke mal, da könnt ihr euch ein Bild reinkleben oder so. So, was haben wir hier? Achso, ja. Hier schlägt euch Linie vor, wie ihr den Planer gestalten könnt, aufschreiben könnt, eure Termine. Wie auch immer. Also hier sagt sie euch den Namen, Neukunde, wie viel der Kunde bezahlt hat. Nummer 61. Vielleicht ist das die Farbe, was benutzt wurde. Oder die Kundennummer. Kann natürlich auch sein. Am Ende des Planers ist auch nochmal so eine Kundenkartei drin. Da könnt ihr euch natürlich die Daten zu den Kunden jemals aufschreiben. Hier könnt ihr euch dann die Sticker reinkleben, die dabei sind. Holen wir die mal kurz vor. Das sind die hier. Da könnt ihr euch immer schön ein Herzchen reinkleben oder Zeit für mich, Urlaub, wichtig, To-Do, was auch immer. Genau. Hier Zeit für die Mutti, muss auch mal sein. Ja, sie schreibt jetzt hier noch dahinter, wie viel Euro die Kundin bei euch gelassen hat. Ich habe es immer ein bisschen anders gehalten. Ich habe eine extra Excel-Liste gehabt. Die habe ich mir zurechtprogrammiert. Und ja, da hat sich alles direkt so zusammengerechnet aufs Jahr und so. Da brauchte ich nur noch eintippen. Und dann war das fertig. Das heißt, ich brauchte es nicht mehr zusammenrechnen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Ganze zu machen. Ja, müsst ihr dann gucken, wie ihr euch das zurechtlegen wollt. Aber wie ich die Termine planen würde, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. So, hier haben wir auf jeden Fall den Terminplaner. Das geht ein ganzes Stück weiter so. Genau, jetzt sind wir hier in KW. KW 1 Januar. Das ist schon das nächste Jahr. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Übersicht. Genau, hier guckt jemand durchs Loch. Wieder ein kleiner Spruch. Dann geht es weiter. Ziele setzen. Ja, Ziele setzen ist auch ganz wichtig. Ja, hier wird beschrieben, wie ihr das Ganze macht. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Könnt ihr ja mal reingucken, wenn ihr euch das Buch gönnen wollt. Ja, Ziele setzen, wenn ihr gerade neu anfangt oder schon ein bisschen dabei seid, ist natürlich egal. Immer wichtig, immer ein paar Ziele zu setzen. Wie viele Kunden ihr im Monat machen wollt oder wie viel Umsatz ihr generieren wollt. Oder was ihr euch beibringen wollt vielleicht sogar. Welche Schulungen ihr besuchen wollt. Immer so kleine Ziele setzen. Und dann könnt ihr am Ende des Jahres euch mal überlegen, habe ich diese Ziele erreicht, habe ich sie nicht erreicht. Und ja, ist auch immer ganz wichtig zu wissen und so ein paar Ziele zu setzen. Der Mensch braucht ja ein paar Aufgaben. Hier könnt ihr dann die Ziele eintragen, meine persönlichen Ziele. Ja, dann kommen wir hier zu der Seite wieder. Nettes Bild. Hier haben wir einen Tracker. Okay. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das ein Stimmungsbarometer. Genau. Da könnt ihr jetzt eintragen, Dankbarkeit. War ich heute dankbar? Ich denke schon, wie viel Wasser habe ich getrunken? Auch ganz wichtig. Von 1 bis 10. Und dann könnt ihr die Punkte miteinander verbinden vielleicht. Und dann hoffe ich, dass das sich im Laufe des Jahres nicht nach unten abfällt. Das heißt nicht, dass ihr bei der Dankbarkeit bei 1 seid. Was dann die schlechteste Zahl wäre zum Beispiel. Oder glücklich sein. Wenn da eine 1 steht, ist natürlich auch doof. Da sollte möglichst immer eine 10 stehen bei glücklich sein. Also wenn sich das nach unten irgendwie entwickelt, dann müsst ihr auf jeden Fall mal gucken, woran es liegt. Und dann auf jeden Fall was ändern. Sonst habt ihr irgendwann Burnout. Platz für schöne Momente. Platz für deine Notizen. Notizen sind auch immer ganz wichtig. Falls man mal irgendwas aufschreiben möchte. Sei kreativ. Hier könnt ihr irgendwelche Muster reinmalen. Falls ihr mal spontan irgendwelche Ideen habt für geile Nagelmotive, könnt ihr das hier mal schnell reinkritzeln. Kundenliste. Oh, Kundenliste ist ganz wichtig. Ja, es gibt natürlich ein neues Gesetz. Und zwar DSGVO. Müsst ihr natürlich jedem Kunden vorher so einen Wisch unterschreiben lassen, dass ihr seine Daten speichert. Und diese dann natürlich auch löschen könnt, wenn der Kunde es möchte. Müsst ihr auf jeden Fall vorher machen, bevor ihr die Telefonnummer und den Namen aufschreibt. Ganz wichtig. Ja, was würde ich aufschreiben? Name, Telefonnummer, E-Mail, Adresse. Adresse, ja. Braucht man die Adresse unbedingt? Ich weiß nicht genau. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Hier haben wir dann die Zahlen. Wie weit geht das denn? So 40, 60, 80, 100. Genau, 100 Kunden könnten passen rein. Ja, würde jetzt bei mir reichen. Aber wenn ihr mehrere Angestellte habt, dann wird das natürlich knapp. Mit 100 Kunden. Ja, müsst ihr mal gucken. Ansonsten wieder eine Excel-Liste anschaffen und da alles rein tippern. So, Kontakte. Kontakte. Achso, hier könnt ihr wahrscheinlich noch eure privaten Kontakte rein hämmern. So zum Beispiel ein Arzt oder die Mutti oder was auch immer. Wenn ihr mal euer Handy schrottet oder so, da habt ihr hier nochmal alles griffbereit. Auch immer schön, das Ganze nochmal in analoger Form irgendwo rumliegen zu haben. Genau. Nochmal Notizen. Hier nochmal kreativ. Tipps für Kunden. Ja, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Hier sind verschiedene Tipps, wie ihr Kunden gewinnen könnt. Rabattaktion. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Einkaufsliste. Was benötige ich? Firmapreis. Ja, auch immer ganz wichtig zu wissen. Auf jeden Fall immer aufschreiben, was ihr benötigt. Hier würde ich jetzt, ja, was würde ich da reinschreiben? Wahrscheinlich nur die teuren Sachen reinschreiben. Absaugung oder etc. Neu-Lampe. Wie auch immer. Ja, wenn ihr dann, wie gesagt, auf einer Messe seid, dann könnt ihr euch dann mal was günstiges schnappen. Schulung. Schulung sind auch immer sehr wichtig. Immer schön weiterbilden auf jeden Fall. Hier könnt ihr Schulung, Trainer, Preis. Ja, genau. Könnt ihr auch eintragen. Mein Gott, was man hier alles eintragen kann, ey. Let's go funny. Meine Schulung. Tagesablauf. Teilnehmer. Achso, wenn ihr Schulung anbietet, ist das. Ah, auch sehr geil. Ja, wenn ihr selber sogar schon so weit seid, dass ihr Schulung anbieten könnt, ist diese Seite oder diese Seiten auf jeden Fall sehr wichtig für euch. Ihr könnt eure Teilnehmer reinschreiben, Tagesablauf. Genau. Auch sehr cool. Ausgaben. Ach, guck mal. Ja, wie gesagt, ich würde eine Excel-Liste machen, anstatt das händisch aufzuschreiben. Aber es gibt ja natürlich auch Leute, die das lieber händisch machen. Dann ist sowas natürlich extrem geil. Ich finde auch immer gut, dass unten nochmal so ein Tipp dabei steht. Auch immer sehr cool für Leute. die noch nicht so viel Erfahrung haben. So, hier haben wir noch die Fixkosten. Ja, was? Dingsbums. Genau. Ja, und das war es auch schon. Ja. Sehr schickes Buch auf jeden Fall. Auch sehr gut verarbeitet. Hier mit dem Gold eingedruckt. Eingedrückt. Schöne Qualität. Kann man auf jeden Fall gut was mit anfangen. Das war jetzt alles im Paket drin. Und das könnt ihr auch alles am Ende des Videos gewinnen. Also schön dranbleiben. So, aber jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, wie plant ihr eure Termine? Macht ihr das alles digital über einen Cloud-Service, ins Handy, am Computer? Oder macht ihr das alles in ein Buch, also analog? Schreibt ihr euch das auf? Tragt ihr eure Kunden da ein? Wie macht ihr das? Da könnt ihr jetzt hier oben gerne mal abstimmen. Würde mich mal interessieren. So, aber kommen wir noch direkt mal zu den sechs Dingen, die ich wichtig finde für die Terminplanung. Und zwar Nummer eins wäre, sorry, 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 ich bin zu spät, sorry. Ja, guck mal auf dem Tacho. Also, du bist jetzt 15 Minuten zu spät. Ja, mein Hapster hat Kinder bekommen. Ja, für solche Kunden müsst ihr euch auf jeden Fall was ausdenken, denn das kann teuer für euch sein. Nicht nur, dass die nachfolgenden Kunden unzufrieden sind, weil sie 10, 20, 30 Minuten warten müssen, nur weil die erste zu spät gekommen ist. Das schiebt sich natürlich, jeder Termin schiebt sich dann nach hinten. Ist wirklich doof für euch. Und es ist natürlich auch noch extrem blöde Werbung. Wenn die Kunden dann sagen, in dem Studio muss ich so lange warten, dann gehe ich lieber woanders hin. Deshalb müsst ihr euch da auf jeden Fall was überlegen. Und das, was ich immer gemacht habe, war, ich habe mir auf jeden Fall notiert, dass die Kundin zu spät gekommen ist. Und wenn das dreimal geschehen ist, könnt ihr euch natürlich selber aussuchen, zweimal, dreimal, einmal, wie auch immer. Dann hat es eine kleine Strafgebühr gegeben von 5 Euro. Und diese 5 Euro könnt ihr entweder der nächsten Kundin gutschreiben, dadurch ist sie ein wenig besänftigt. Oder diese 5 Euro könnt ihr euch quasi gutschreiben, weil ihr natürlich mehr Stress hattet, euch mehr beeilen musstet. Das könnt ihr dann handhaben, wie ihr möchtet. Manche sagen da jetzt, eine Strafgebühr ist doof, weil die Kundin könnte dann nicht wiederkommen. Aber ganz ehrlich, wenn die Kundin dreimal es nicht geschafft hat, pünktlich zu sein oder vielleicht zwischendurch auch gar nicht gekommen ist oder wirklich nicht zuverlässig ist, dann würde ich lieber auf diese Kundin verzichten und dafür lieber eine Neukundin annehmen, die dann wirklich auch immer pünktlich kommt. Ja, dann gibt es natürlich auch noch Kunden, die gar nicht wiederkommen. Ja, denen würde ich an meiner Stelle, also ich persönlich würde denen auf jeden Fall ein bisschen mehr als 5 Euro in Rechnung stellen, denn ihr habt wegen denen quasi eine Stunde oder anderthalb oder wie auch immer, wie ihr eure Termine plant, nur rumgesessen, rumgegammelt, konntet nichts machen, habt Arbeitsausfall. Arbeitsausfall, das ist natürlich extrem doof für euch, also da würde ich mindestens 50% der Modellagekosten, die diese Frau bezahlt hätte, auf jeden Fall in Rechnung stellen. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Faktor, den ich auch sehr wichtig finde und zwar sind das Notizen zu jedem Kunden. Ich würde mir an eurer Stelle wirklich aufschreiben, was hatte der Kunde als letztes für ein Gel drauf, was hat er für eine Farbe drauf, was gab es für Probleme vielleicht sogar, ist irgendwo ein Nagel abgerissen oder etc. Ja, Telefonnummer ist auch immer sehr wichtig, denn falls mal eine Kunde nicht kommt, dann könnt ihr vielleicht eine Kundin vorziehen, die letzte Kundin vielleicht, dann habt ihr eher Feierabend oder könnt dann zum Schluss noch eine andere dran nehmen, die gerne drankommen möchte. Ja, auch immer sehr wichtig, finde ich auf jeden Fall, denn da könnt ihr euch den Tagesplan so ein bisschen umstrukturieren und seid flexibler. Ja, welches Gel die Kundin drauf hatte, würde ich mir auf jeden Fall aufschreiben, weil es ist natürlich immer wichtig zu wissen, was ihr vorher drauf hattet auf den Nägeln der Kundin, denn wenn ihr beim nächsten Mal dann ein Lifting unter dem Nagel habt oder ein Nagel ist abgebrochen oder es ist ein Riss drin oder wie auch immer, dann könnt ihr mal gucken, was habe ich vorher genommen, lohnt es sich dann mal ein anderes Gel auszuprobieren, ein anderes System auszuprobieren, da könnt ihr natürlich super auf solche Sachen reagieren. Ja, Farben ist auch immer ganz wichtig, weil Farben, ich habe es immer gerne mal vergessen, was war das denn für eine Farbe? Deshalb schreibe ich mir das auch immer ganz gerne mit dazu, um dann auch wirklich zu wissen, ah, wenn die Kundin das nochmal haben möchte, am 5.11. an meinem Geburtstag hatte ich das Rot 35 und das möchte ich heute nochmal wieder haben, das könnt ihr natürlich nicht mehr wissen, wenn ihr verschiedene Rottöne habt, was die Kundin da drauf hatte, deshalb sind solche Notizen auch immer sehr wichtig. Dann fand ich es auch immer sehr wichtig zu wissen, ob die Kundin einen anderen Termin bevorzugt. Das habe ich mir auch immer noch mit dabei geschrieben, sagen wir mal, diese Woche ist komplett dicht bei euch, ihr seid voll bis oben hin an Termin, ihr kriegt nichts mehr rein. Und die Kundin hat dann gesagt, ja gut, dann komme ich nächste Woche, ich wäre aber gerne diese Woche gekommen, weil mein Oma hat am Wochenende Geburtstag. Ja, was macht ihr jetzt? Ihr schreibt euch das auf und falls diese Woche jetzt noch ein Termin frei werden sollte oder eine Kundin nicht kommt oder eine absagt, wie auch immer, könnt ihr diese dann vorziehen. Ihr habt wieder eine glückliche Kundin, denn sie kann mit frischen Nägeln zur Oma Geburtstag gehen und ja, alle sind glücklich. Der dritte Faktor, den ich auf jeden Fall nennenswert finde, ist die Taktung. Da müsst ihr euch selber ein bisschen einschätzen können, wie lange ihr braucht für Nägel. Wenn ihr Anfänger seid, werdet ihr wahrscheinlich zwei Stunden brauchen, schätze ich jetzt einfach mal oder anderthalb. Viele fragen mich immer noch, wie lange hast du so gebraucht in der Studiozeit? In der Studiozeit habe ich so eine Stunde bis eine Stunde 15 gebraucht, wenn die Kunden noch ein Muster drauf haben wollten oder so. Ja, eine Stunde für Auffüllen French oder Vollmodellage French war auf jeden Fall eine ganz gute Zeit. Dann habe ich noch so 10 Minuten, 15 Minuten oben drauf gerechnet, falls die nächste Kunde mal eher kommt. Und müsst ihr auf jeden Fall, ihr müsst auf jeden Fall noch was dazu rechnen, denn ihr müsst den Platz ja auch noch sauber machen, alles wieder schick machen, desinfizieren. Dann wollt ihr vielleicht auch nochmal einen Schluck trinken oder kurz ins Butterbrot beißen. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall auch nur oben drauf rechnen, damit ihr wirklich auf der sicheren Seite seid. So, Faktor 4, den ich auf jeden Fall sehr wichtig finde, ist direkt einen neuen Termin machen. Nagelt die Kundin direkt fest auf den nächsten Termin, damit sie nicht in Versuchung kommt, irgendwie spontan einen Termin zu machen. Direkt einen Termin machen ist super für euch, denn ihr könnt für die Zukunft immer wunderbar planen. Ihr habt nicht so viele spontanen Kunden und wenn ihr über längere Zeit planen könnt, ist das natürlich besser für euch. Ihr könnt euch auch mal freinehmen zwischendurch oder irgendwie sowas. Deshalb würde ich auf jeden Fall im Voraus planen und die Kundin direkt festnageln auf einen neuen Termin. Faktor 5, den ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig finde, sind Möglichkeiten zur Terminabsage schaffen. Ich hatte wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass die Kunden ihre Termine absagen können. Denn umso leichter ihr den Kunden das macht, umso besser ist es natürlich auch für euch. Viele trauen sich nicht anzurufen, ah, ich kann heute nicht, ich schaff's nicht, tralala. Dann ist es immer einfacher, eine kurze Textnachricht zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben, eine WhatsApp-Nachricht, eine Facebook-Nachricht, was auch immer. Also versucht wirklich viele Möglichkeiten zu schaffen, wie die Kunden ihre Termine absagen können. Ja, der sechste Faktor ist auf jeden Fall die Stoßzeiten. Weihnachten, Ostern, Ferien, da müsst ihr euch wirklich drauf vorbereiten. Bei mir war es so, dass ich ab Oktober schon die Termine für den Rest des Jahres bei den Kunden festgemacht habe. Denn die meisten Kunden wollen wirklich vor Weihnachten kommen, so 22., 21., 20. vielleicht. Da war wirklich am extremsten bei mir los. Deshalb habe ich wirklich ab Oktober die Termine festgemacht, damit die Kunden dann über Weihnachten und Silvester schicke Nägel haben. Ja, aber wie habe ich die Termine jetzt geplant? Digital oder analog? Was denkt ihr? Ich habe das Ganze digital geplant, und zwar mit einem sogenannten Cloud-Service. Der hat mich 99 Euro gekostet im Monat, meine ich. Ist schon eine Hausnummer. Aber die Kunden konnten sich dadurch ihre Termine selber eintragen. Das heißt, sie hatten eine App auf dem Handy, haben gesehen, wann ist ein Termin frei, wann ist keiner frei, und konnten sich dann ihren Termin eintragen. Ich musste das Ganze dann nur noch bestätigen, ob mir das so recht ist, und ja, hat wunderbar funktioniert. Die Kunden konnten sich dann ihre Termine auch selber wieder rausnehmen, löschen. War auch wieder eine zusätzliche Möglichkeit, Termine zu verwalten und eine zusätzliche Möglichkeit, dass Kunden ihre Termine absagen können. War auch immer sehr gut. Und jeder meiner Mitarbeiter konnte sich die Termine selber am Handy jederzeit angucken, wann habe ich welchen Termin, wann kann ich mir frei nehmen. Das war auch noch eine zusätzliche Erleichterung, möchte ich mal sagen. Im Endeffekt habe ich es ein bisschen bereut, denn als ich das Studio aufgegeben habe, musste ich diesen Cloud-Service noch ein Jahr weiterzahlen, oder ich glaube sogar zwei Jahre weiterzahlen, ich weiß es nicht mehr so genau. Das waren 99 Euro dann jeden Monat zwei Jahre lang. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer für jemanden, der kein Nagelstudium mehr hat. Aus dem Vertrag bin ich leider nicht mehr rausgekommen. War so ein bisschen doof, aber wenn ihr einen vernünftigen Plan habt wie diesen, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und müsst kein zusätzliches Geld bezahlen. So, das soll es jetzt so langsam gewesen sein mit diesem Video. Ja, ihr könnt gerne mal eure Tipps und Tricks und Kniffe unten in die Kommentare reinhämmern. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie man das Ganze machen könnte, falls es gut nicht kommen, Strafe zahlen, Strafe nicht zahlen. Schreibt gerne mal eure Meinung oder Tipps unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Verlosung. Und zwar könnt ihr dieses geile Büroset gewinnen, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, von der Firma LeniNails. Für das Jahr 2019 seid ihr dann auf jeden Fall abgesichert und könnt eure Termine wunderbar planen. Aber was müsst ihr dafür tun, um dieses geile Set zu gewinnen? Ihr müsst auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein, sonst geht gar nichts. Ansonsten müsst ihr hier unten den Hashtag, ach wir nehmen wieder den Hashtag Geelnägel, ganz einfach, unten in die Kommentare reinklöppeln und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Das Ganze wird dann nächsten Monat, äh, nächsten Monat, nächsten Montag, ganz wichtig, nächsten Montag, gezogen live auf YouTube werde ich das Ganze machen. Und, ähm, ja, nähere Infos stehen dann nochmal unten in der Beschreibung drin. Aber wer nicht bis Montag warten kann und sich diesen Terminplaner jetzt sofort sichern möchte, der bekommt natürlich auch noch 5 Euro Rabatt mit dem Gutscheincode CHRIS5 auf den Terminplaner. Ähm, das Ganze steht unten auch nochmal in der Beschreibung drin, ähm, also einfach mal reinschauen, Geld sparen und, ja, viel Spaß damit. So, das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein, äh, ich werde jetzt wahrscheinlich, da heute ja mein Geburtstag ist, ähm, wahrscheinlich noch was essen gehen, mit Franzi oder so, mit Familie mal gucken oder feiern gehen, weiß ich auch noch nicht so genau. Bis heute bin ich noch unschlüssig, was ich machen soll. Ähm, ja, ich würde mich freuen über ein Abonnement von euch, das würde mir den Geburtstag besonders versüßen. Äh, ein Daumen nach oben wäre auch sehr geil. Ähm, wenn ihr Bock habt, auf dem Laufenden zu bleiben, also immer eine Nachricht zu kriegen, falls ein neues Video kommt, äh, dann gerne das Glöckchen anklicken. Ähm, ja, äh, eure Tipps und Tricks, äh, zu, äh, Terminplanen oder wie auch immer, gerne mal unten in die Kommentare reinklöppeln. Ähm, ja, Hashtag je Nägel nicht vergessen für den, für das Gewinnspiel. Und, ich würde mich außerdem noch freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.